namaste herzlich willkommen zu einem neuen video ja heute gucken wir uns zwei neue bollywood songs an die ihr vorgeschlagen habt und zwar den nari nari song von dem film made in china und von house full 4 shaitan kasa zu gast habe ich tk und mermet und zusammen gucken wir uns jetzt die videos an lass uns anfangen mit dem nari nari song gespannt vielleicht geht es um 22 millionen auf das ist ja nicht gerade hängt krass alter wie viele menschen da sind rein scheiße das ist die demo und demonstratieren oder? so viele menschen für ein video zu finden ist auch schon eine harte sache schokoladenfrau sie hat einen körper so deutsche untertitel oh endlich einer das richtig macht extra für uns merci ey was? diese tanzer ja genau sagt lieber seine liebe der ist denn diese hübsche? bamm oh 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 Das ist geil, wie sie da drin liegt. Ja, das ist echt geil. Aber das ist so ein ganz anderer Stil von dieser indischen Tanzmusik. Aber wartet sie da in Blut oder? Hier ist nur Punsch. Sie wird zur Suppe gemacht. Ja, zur Suppe. Das steht ja auch mit Magics zu. Ja. Er hört sie zum Fressen gern. Ich wünsch dich jetzt auch sowas in meinem ersten jeden Tag. Das wäre aber kein Kannibalismus. Kein Kannibalismus. Oh mein Gott, halte mich zurück, halte, halte mich zurück, halte mich zurück. Das ist nice. Ja. Das ist echt was... Interessantes. Ja. Ja. Die Stimme kommen mir irgendwie bekannt vor. Mir schon von der Frau, ich weiß nicht. Naari, Naari. Naari, Naari. Naari, Naari. Das macht voll so ein Ohrwurm, ne. Naari, Naari. Ja. Ist das mal die selbe Form? Ja. Die sieht irgendwie jedes mal besser aus. Da in dem Teil fließt er los. Der alte Opa ist geil. Jetzt hat er jetzt geträumt. Scheiße. Scheiße. Scheiße, ich hab sie geträumt. Ein neister Song, ne? Die gehören auch zu Sony. Dann geht es auch darum, dass er Viagra verkauft. Mach ich auch. Nein, Spaß. Ist das der zweite Channel? Ja, der zweite Video. Ich bin Akshay Kumar. Ey, der sieht richtig komisch aus. So eine Glatze. Ja, ne? What? Aber das ist geil. Das ist richtig geil. Ey, das ist richtig geil mit dem Glatze, mit dem Bart. Mit dem Choreo. Boah, das ist auch nicht so wie indische Musik. Ja, das ist auch schon so. Geil. Das gibt's sogar bei iTunes. Ja. Das gibt's überall bestimmt. Überall. Überall. Sein Gesicht ist auch so. Ja, die ist echt großartig. Sehr so Comedy. Ja, es ist so ein Comedy-Film. Ja? Ja. Ja. Sie haben alle Perücken auf, fällt mir gerade auf. Ja. Also meistens, wenn es die Blonden sind. What the fuck, ey? Ey, das ist richtig geil. Den Film sollten wir uns eigentlich auch mal angucken. Ja. Boah, Alter, so ein 3D wär's geil. Ja, ne. Boah, wir machen auch noch... Uuuuuh, nice. So. Da bringt sie um. Das ist richtig geil. Boah, so viel Schmuck, Alter. Die haben auch so viele Ketten bei diesen einen Kanuern oder in diesen einen Festival. Da haben die auch noch so viele Ketten. Ja. Jeder, der ihn fasst, der wird... Wisch, 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 wisch. Bala. 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 Oh, er schwimmt in... Wisch, 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 wisch. 25. Oktober. Okay. Das... Und was sagt ihr? Welches hat euch mehr gefallen? Also mich hat mir Housefall 4 gecatcht. Von dem... Also der Film heißt Housefall 4? also die vierte zeit von der komödie reihe naja das hat mich halt mehr gecatcht also ich fand nari nari fand ich einen ticken besser ja ja also ich fand beide ganz gut also das war so als nicht so wie indische musik sondern so im neuen stil so und die waren beide gut aber ich fand nari nari ich fand nari nari auch besser auch obum effekt und dann wurden auch indische instrumenten benutzen das ist auch so beim anderen ist es so ob sie ähnlich mit dem kennt ihr das mit dem frosch oder so diesen grünen frosch der sich so die portugiesisch brasilianischen tanz wisst ihr das da kommt gleich so ein bein geräusch echt nicht oder aber ich meine der hat das auch dieses hausbrülle teil vier lied hat er auch zum dingens angepasst ach so ja ja okay ach so ja diese vermitte gesieht da ja ja das käme frosch aus dem alien genau das meinte ich das halt so ähnlich hat ne und aber es hat eine crazy art natürlich gibt ich finde der hat das mehr zum film angepasst ja also war auch also ich finde beide sind für sich eigener schön also waren gut so schreibt gerne in den kommentaren welches video euch mehr gefallen hat und vergisst nicht zu liken abonnieren kommentieren und unsere kanäle findet ihr auch unten verlinkt nemmet production und tk genau da sagen wir tschüss und bis zum nächsten mal tschau tschau